Das hier ist das schnellste, beschleunigende Fahrzeug serienmäßig der Welt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir es heute schaffen, einen neuen Kanalrekord aufzustellen. Also Bremse, Vollgas, Federung nimmt Gepardstellung ein, Fahrzeug geht tatsächlich vorne runter. Boah, ist das krass. Fertig zum Starten, Gepardstellung abgeschlossen. 2,422! Boah, mir wird richtig blümerant. Start wird vorbereitet, Warte wird abgesenkt. 2,323! So, willst du richtig Spitzenleistung? Ja. Okay. Boah. Katarico! Boom!